Hi, ich bin der Nico. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Mechatroniker. Ich bin in die zweite Lehre gekommen, frisch hier bei der Schump Group. Ich arbeite gerade an Steuerungstechnik für pneumatische Anlagen. Zu Beginn der Ausbildung haben wir erst mal gelernt, mit handgeführten Werkzeugen Metall zu bearbeiten. Ich ging dann auch weiter über Bohrmaschinen, später über Maschinenlehrgänge an Dreh- und Fräsmaschinen. Wir haben auch weiter die Metallbearbeitung gelernt. Gleichzeitig habe ich aber auch angefangen mit der Elektrotechnik. Ich werde Mechatroniker, muss ja beides beherrschen. Zuerst haben wir für Hausschaltungen die Theorie und auch Praxis durchgeführt, Lichtschalter und ähnliches anschließen. Dann ging es weiter mit Relaischaltungen, wie man sich hier jetzt sieht. Auch weiter mit Schützen und in Zukunft kommt dann noch die SPS-Programmierung. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist eine modernere Art und Weise, das zu machen. Die Schump Group kann ich als Ausbildungsbetrieb sehr weiterempfehlen. Mir gefällt das Betriebsklima. Die Ausbilder und Kollegen sind nett. Also bewerbt euch!